So, willkommen zurück. Ich habe hier zwei Daten und X-Chel. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cosumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus fünf Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen. Warum kommt das jetzt nochmal? Ist eine 0. Das haben wir doch eben gemacht und dann gespeichert. Junge. Ich habe gespeichert, Leute. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck-Chel? Waagerechte Linie mit zwei Punkten darüber. Sieben, oder? Danke. Das ist eine 9. Das ist eine 7. Oh Gott, Hilfe! Mama! Nee. Nice. Das war's. Easy. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Göttin, das... Okay. What? Gibt's noch sinnlose? So. Das muss halt Teufel heißen, aber egal. Weil sowas macht nur der Teufel. Zerstörung auch. Oder? Nee, nee, das nicht. Es ist offenbar etwas wie eine Reise da. Dem Zugang durch ein Jaguar-Maul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß, wo das Jaguar-Maul ist. Wirklich? Fahrt der Toten, einen anderen Weg aus dem Tempel finden. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich geh zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Mhm. Was stand denn da? Mittlerer Mammonolin. Lernen Sie alte Dialekte zum Entziffern. Hm. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Schade, dann wird das nichts. Schade, naja, egal. Hm, interessant. Das nehmen wir auch mit. Nee. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Aston aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. What? Das Bild sieht interessant aus. Hm. Wir schauen gleich mal, was das heißt. Hm. Oh, rein da. Okay, 66. Vielleicht ist das für später, das da hinten. Geburt der Schlange. Ja, diesmal ging das. Aus den Überfluteten. Rein da sind gefährliche Raubwäsche, die angreifen, sobald Lara die entdeckt. Erstecken Sie sich unter Seegras. Okay. Luftblasen. Luftblasen. Oh, Leute. Okay, die schwimmen sehr tief. Das war auch dumm, by the way. Tut mir leid. Also, die schwimmen sehr tief. Warte, was ist das eigentlich? Wir haben nur den falschen Weg genommen. Haben wir das? Haben wir das nötig? Da, was ist das? Ach, wir machen so ein Ding. Das unten. Nehmen wir mit. Toll. Wo lang? Sind die hinter mir? Die waren über mir über dem. Wir müssen auch mal auftauchen Da Wir waren jetzt ganz schön lange Oh Gott Lara Sollen wir hier raus, oder was? By the way, warum ist das alles unter Wasser? Ich frag mich, ob unten noch was war Naja, egal Hallo? Toll, voll Hopp Hey! Oh Gott Lass das doch Tut mir leid, hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung Basislager? Ihr Omikron-Team, wir wurden angegriffen Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören Krallen des Adlers Wenn sie auf einem Wenn sie sich auf einem Ass befinden, halten sie F Um einen Seilfeld abzufallen und einen Feind durch Hochziehen, auszuschalten Er kann, es kann nur eine Leiche pro Ass feststeckt werden Hoffentlich haben es noch andere geschafft Die sollen da drauf springen Der sieht uns nicht Oder? Ne Wir springen Da drauf Warten Was ist denn los? Kommt schon, kommt schon Erfalten Ich kann noch Oh Gott Sie sind hier Jetzt Wovor haben die so viel Angst? Vor dir, Alter? Vor wem denn sonst? Du hast die Apokalypse ausgelöst und jetzt killst du sie alle Dafür hab ich nicht genug Platz Warnsitz Mein Gott, Lara Scheiße, ich hab mein Funkgerät verloren Wird der angegriffen? Warum? Was war das? Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs Sie sollen sich beeilen, verdammt Seht ihr was? Seht ihr was? Danger auf jeden Fall, ey Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen Zähne Sehr hilfreich Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff Die Schreie Knochen Es ist vorbei, du bist sicher Ich seh sie noch immer Ich kann das einfach nicht Also das machen wir jetzt Also das machen wir jetzt Wir sind tot Wir sind tot Wir sind tot Alles gut Alles gut Alles gut, alles gut Alles gut Sie sind überall Alles okay jetzt Alles okay jetzt Wie kann ich denn diesen Baum hier hoch? Wir gehören nicht hierher Alles okay, alles gut Wird der das sehen? Nein Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft Mist, das geht nicht, Alter, das sind sau viele Die Leute waren zu lange im Jugo Und jetzt drehen sie durch Wir machen es wie Hitman Oder? Funktioniert es auch mit einem Pfeil? Wir haben nicht genug Hallo Hallo Können wir den ziehen? Nein Da Aber da ist halt noch einer, der das sieht Nein Nein Oh Mann, wir hätten einfach die Hitman-Taktik machen sollen Ich hätte da drei Instant Header auszahlen können Den Rest hätte ich einfach nieder gemäht Peter Team, Verstärkung ist unterwegs Ich habe einen Lerror Ich habe einen Lerror Zurück Ich warne euch Bleibt bloß weg von mir, verdammt Ganz ruhig, alles gut Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Clown Hä? Hallo Hallo Ja, ja Genau, Hitman-Style, Papa Nicht Ankunft in Kürze Kannst du schon ausrichten? Nicht schießen Seht nach, ob sie noch bleibt Anger in Sicht Wir sind hier Noch 60 Sekunden und wir sind drin Alles voll Ich kann nicht mehr tragen Warte, wo sollen wir hin? Da Alter, ich will hier hoch Ich habe Angst Nach Kobagiaku zurückkehren Ich sehe nichts Okay Gott Überall Leichen Die Kreaturen haben sie getötet Aber warum? Dafür habe ich nicht genug Jonah, Abby Hey, Lara? Ich habe was gesehen Trinity wird Gejagt Von irgendeiner Kreatur Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg Ein Bericht über Trinities Suche nach Objekten der Macht Bericht über die Suchteams und deren Funde Bereich Zentral- und Südamerika An Dr. Dominguez Mexiko Cozumel Tempel der Chakchel entdeckt Städte stillgelegt und gesäubert Brasilien Region Itiximitari Eine Sackgasse Städte stillgelegt und gesäubert Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja Region Munduruku Suche bislang ergebnislos Probleme mit der Regierung Empfehle Schließung der Städte Erwarte weitere Anweisungen Region Trinterira-Wakaja Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt Untersuchung wird fortgesetzt Peru Kuva Gyaku Tempel entdeckt Nachforschungen laufen Würden wir gerne Pfeile herstellen Wir hatten nämlich keine mehr Für die Viecher nehmen wir natürlich die Kugeln Für sichere Dafür habe ich nicht genug Platz Ein Fähigkeitenpunkt So wir checken mal ab Fähigkeiten Haben 4 Punkte Wow Sehen sie fallen mit Überlebensinstinkte Ja nehmen wir Nist der Kreh Verbessern die Überlebensinstinkte Lassen fallen in der Nähe Oh genau automatisch leuchten So wir hatten doch hier noch was geiles Luftflänge einhalten Nein Lockfeile War das das hier Erlegen sie nach lautlos ausschalten einen zweiten Feind Um eine Ausschaltenkette durchzufilmen Zwar an der Schlange drücken sie F Um nach dem lautlos ausschalten einen weiteren Feind zu erledigen Also Doppelkill Inventar Hier gibt nichts Hier gibt nichts Hier gibt nichts Jonah Wir sind unten Hey Habt ihr schon reingesehen Wir haben auf dich gewartet Was wir da wohl finden Den Tod Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet So sieht das aus Ich kenne einen anderen Weg Okay Ich gehe vor Wir treffen uns dann dort War klar Gut dass keiner gestorben ist So funktioniert aber der Mechanismus nicht Was soll denn eine Tür sein Und keine Killerfalle Oder? Oder beides? Oh Yolo Hallo C Ging nett Ja das kannst du gut ne? Durch so kleine Löcher kriechen Durch so kleine Löcher kriechen Durch so kleine Löcher kriechen Sowas wird kein Mensch freiwillig machen, Alter Oho Oho Komm schon Oh 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 Oh, oh, für so ein Kackding sterben wir jetzt. Nein, oh nein. Oh, oh, oh. Die Prüfung der Spinne abschließen. Das soll eine Spinne sein. Oh! Ja, wo denn hier? Also da rechts. Wir sehen wieder etwas nicht. Wir sehen wieder irgendwas nicht. Das da? Kann man da links mit der Axt? Ja. Ja, okay. Tja. Cool, Prüfung der Spinne. Teil 1. Ich stand. Falls du mich hörst. Ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche nach oben zu kommen. Sieht nach einer Abkürzung aus. Halt an Felswänden. Werfen sie mit ihr ihre Axt, äh, ihre Haken-Axt, während sie springen, um entfernte Felswände zu erreichen. Okay. Und jetzt? Also links ist nichts. Rechts. Warte, wie schwingt man? Warte, wie schwingt man? Sehr schön. Das war's mit der Prüfung der Spinne. Easy, würde ich sagen. Lehrer, ne? Weiter geht's in der nächsten Folge. Haut rein. Hier prioritize. Wir fahren in der ersten Folge.